Was trinken wir heute, Rico? Wir trinken heute Joy Boy 7 Gramm Protein. Proteinbier, genau, das trinken wir heute. Was wir schon mal getestet haben. Haben wir schon mal getestet, machen wir jetzt der Vollständigkeit halber nochmal. Genau, weil wir jetzt so ein geiles Bier-Tasting-Protokoll haben. So, die vier haben wir schon getestet hier. Und das ist hier der König. Vielleicht, mal gucken. Oh, Mann, was machst du denn hier? Alter, was ist denn das, Junge? Das Proteinbier Light, 7 Gramm Proteine und 3 Gramm BCAAs. Vielleicht sind auch Ys und Zs drin, aber ich weiß es nicht. Proteinbier Light, natürlich alkoholfrei. Bietet die ultimative Erfrischung, gepaart mit 7 Gramm Protein pro Dose. Spritziere Geschmack und unvergleichbare Drinkability versetzen dich bei deiner Aktivität in Leichtigkeit auf das nächste Level. Und das Bier, Proteinbier Light, ist dabei sogar kalorien- und zuckerarm. Das ist Drinkability. Was, was, was für eine? Was Drinkability ist. Und das ist ja auch schon wieder hier so ein Denglisch, wa? Die Trinkbarkeit. Also, das läuft wahrscheinlich ganz easy runter in Gaumen, oder was? Auspacken oder wegpacken? Auspacken... Also, Alkoholgehalt weniger als 0,5%. Jetzt hört's dir an wie ich auf dem Klo. Trüb, heller wie das andere. Ein Punkt. Aber und jetzt kommt es. Der Klang ist geil, oder? Also ich weiss nicht, wie das funktioniert. Ja, definitiv. Ja, ich finde das auch am liebsten. Also das flacht auch nicht ab. Das ist ein schöner rundum Geschmack. Davon werden wir auf jeden Fall auch nochmal was bestellen. Ja, das bestell mal der für mich mit. Ne, du nicht. Wieso nicht? Ich schicke dir einen Link. Benutz doch den Link unter diesem Video hier. Genau. Das kommt dem Bier auch am nächsten. Ja. Wenn man jetzt sagt, das ist ein Bier, ein Alkoholfreit Bier, dann kommt dem Bier auch am nächsten. Ach, kommen 9 Punkte. 9 Punkte gebe ich denn. Ja. Ja. Spezialpunkte. Na, Proteinbier halt, oder? 1 Punkt. Ja. Welche Tränen jetzt hier wurden natürlich nicht. Nee. Uwe wird wohl nicht kommen. Nee. Mann, das ging mir ja schnell. 14. Bronze. Bronze. So, Mittelklasse. Nichts besonders, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Nö. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Darauf bin ich ja mal gespannt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier. Felddienst. Genau. Tatsächlich. Warte mal. Felddienst? Felddienst? Ah, nee. Felddienst. Boah, schon ewig nicht mehr getrunken. Und bitte den Kanal abonnieren. Wenn du das verpasst hast, nächste Video. Keine Ahnung, wie der geschmack war. Aber ich glaube, das war mir damals auch real. So lange ist das her. Nee, so ganz real kann das ja nicht sein. Weil manche Biersorten haben mir damals schon nicht geschmeckt. Da war dann mal eine Kiste von einem bestimmten Bier. Wurde dann halt einfach mal nicht angerührt. Dann haben wir lieber zur Tankstelle schnell laufen und einen Berliner geholt. Alles klar, haut rein. Das gehört. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Scheiße.